Frauen erfahren aufgrund ihres Geschlechts im Arbeitsleben offene und versteckte Formen der Diskriminierung. Jedoch haben nicht alle Frauen die gleichen Probleme. Schon aufgrund der sozialen Schicht werden manche Frauen mehr akzeptiert und andere weniger. Auch die Hautfarbe beeinflusst. Beispielsweise wurden Women of Color in Großkonzernen in den USA historisch besonders benachteiligt und ihre Erfahrungen lange nicht gehört. Der Begriff Intersektionalität beschreibt, wie verschiedene Diskriminierungsformen zusammenwirken. Etwa Geschlecht und Race oder klassenspezifische Zugehörigkeit. Außerdem können weitere Faktoren wie etwa Körper, Gesundheit, Alter, Kultur, sexuelle Orientierung oder Religion für verschiedenste Individuen aller Geschlechter eine Mehrfachdiskriminierung entstehen lassen. Die Auswirkungen? Personen werden wirtschaftlich und gesellschaftlich entmachtet. Einzelne Aspekte addieren sich nicht nur. So kann eine schwarze Frau in einer Führungsposition ganz spezielle Unterdrückungserfahrungen machen, die weder eine weiße Chefin treffen, noch eine Frau, die nicht in einer gut bezahlten Position ist. Bei Women of Color treffen geschlechtsspezifische Vorurteile mit Vorurteilen aufgrund ihrer Hautfarbe zusammen. Der Begriff Misogynoir bezeichnet die Verachtung schwarzer Frauen, einen spezifischen Argwohn bis hin zur Feindlichkeit ihnen gegenüber. Bei schwarzen Frauen wird beispielsweise männlich konnotiertes Führungsgehabe noch weniger geduldet als bei weißen Frauen. Transmisogynoir beschreibt die Unterdrückung schwarzer Transfrauen. Generell ist es für Menschen in Führungspositionen schwierig, denn wer an Führung denkt, denkt häufig an einen Mann. Weiß, heterosexuell und nicht behindert. Das benachteiligt Frauen, People of Color, Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen und viele andere. Abhängig von intersektionalen Benachteiligungen schnappen beispielsweise rassistische Klischees zu. Etwa müssen sich viele stark auftretende schwarze Frauen gegen den Begriff Angry Black Woman zur Wehr setzen. Frauen dürfen auch im Job kaum wütend sein, sonst werden sie als emotional, schwierig und unprofessionell stigmatisiert. Wut ist eine als männlich angesehene Emotion. Gerade schwarze Frauen dürfen sich in einer weißdominierten Gesellschaft nicht wehren, sollen ihren Schmerz herunterschlucken und den Status quo akzeptieren. Das wird zunehmend kritisiert. Alle Menschen dürfen ihre Emotionen wahrnehmen und verarbeiten. Schwarze, dunkelhäutige und nicht-weiße Frauen werden auch häufiger sexualisiert. Hier wird rassistisch abgewertet. Der weiße Blick zusätzlich zum männlichen Blick unterzieht nicht-weiße einer besonderen körperlichen Prüfung und Kontrolle. Allerdings werden ihre Diskriminierungserfahrungen in der Arbeitswelt oft weniger ernst genommen als die von weißen Frauen. Menschen aus der LGBTQIA-Plus-Community sind auch von intersektionaler Diskriminierung betroffen und viele outen sich lieber nicht. Das betrifft die lesbische Vorständin. Sie arbeitet nicht nur als Frau auf einer männlich dominierten Stufe, sondern ihre Sexualität wird, anders als bei heterosexuellen Frauen, noch einmal besonders hervorgehoben, bewertet und kommentiert. Asiatische Frauen in westlichen Ländern treffen beispielsweise auf die Bamboo Ceiling. Dieses Bild beschreibt die besondere unsichtbare Barriere oder gläserne Decke, die Angehörige dieser Gruppe nicht in Führungspositionen aufsteigen lässt. Asiatische Frauen werden zwar als ehrgeizig, hart arbeitend und gut ausgebildet stereotypisiert, werden aber sexualisiert und infantilisiert. Sie gelten dann als gute Follower, nicht aber als Leader. Eine in Deutschland arbeitende Frau mit türkischem Hintergrund kann intersektional durch das Patriarchat und rassistische Strukturen in der Dominanzgesellschaft betroffen sein. Gerade wenn sie gläubig ist und Kopftuch trägt, welches Ressentiments gegen den Islam gewöhnlich verstärkt. Zudem kann sie innerhalb der türkischen Community von weiteren Anfeindungen und Ausschluss betroffen sein, wenn sie auffällig modisch gekleidet ist und sich schminkt und sich gegen frauenverachtend ausgelegte heilige Schriften stellt. Wenn sie dann gar noch sexuell auftritt, rappt und im Bereich der Wissensarbeit an einer Uni arbeitet, ist die Ausgrenzung von allen Seiten ausgesetzt. Als Token für Vorzeigezwecke für Diversity werden sie prekär beschäftigt, während assimilierte bürgerliche Menschen dort fest eingestellt werden. Das ist ein Beispiel für Ausschlussmechanismen. Intersektionale Diskriminierungsformen sind komplex. Wenn eine Frau eine schwarze Muslimin mit oder ohne Kopftuch ist, eine Kurdin oder Alevitin oder wenn sie lesbisch lebt, dann spielen noch weitere Rassismen oder queerfeindliche Sexismen eine Rolle. Das gilt auch für Männer im Arbeitsleben, wenn sich in ihnen intersektional eine marginalisierte Religion und etwa eine Herkunft aus der Arbeiterklasse verbinden. Cis-Frauen mit weißer Hautfarbe aus der Mittelschicht sind jedoch auch nicht von intersektionaler Diskriminierung ausgenommen, etwa wenn sie älter werden. Ein älterer weiblicher Körper ist in der Arbeitswelt historisch seltener und größerer Beobachtung ausgesetzt als der alternde Männerkörper. Auch in den Medien, wo wir weniger alte Schauspielerinnen als alte Schauspieler sehen. So schilderte Hillary Clinton während ihrer Präsidentschaftskandidatur ihren Zeitaufwand von mehreren Wochen netto in der Maske, während sich andere männliche Politiker nicht mal die Haare kämmten. In vielen Bereichen sind Frauen immer noch Fremdkörper. Körperlichkeit gerade von Frauen wird in Unternehmen historisch tabuisiert. Menstruationsschmerzen werden still geschwiegen. Stillen oder Milch abpumpen auf Arbeit ist stigmatisiert. Gerade die Wechseljahre. Frau und Mann spricht nicht über die Menopause und damit bisweilen einhergehende Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen oder Depressionen. Arbeitsausfälle sind für Einzelpersonen und ihre Karrieren aber belastend und konjunkturell relevant. In anderen Ländern erhalten Frauen Hilfestellung, wie sie die Wechseljahre besser mit ihrem Beruf verbinden können. Tabus werden langsam normalisiert. Das betrifft auch von außen nicht sichtbare psychische Erkrankungen, die zunehmend offen thematisiert werden können. Die psychische Gesundheit ist von persönlichen Merkmalen geprägt, aber auch von sozialen Umständen und Umweltfaktoren beeinflusst. Intersektionale Diskriminierungen setzen Menschen unter Druck und können die Person weiter an den Rand drängen. Betroffene werden dann oft im Berufsalltag unterbewertet, missverstanden und andere arbeiten nicht gern mit ihnen zusammen. Zwar soll das allgemeine Gleichstellungsgesetz Menschen schützen, aber der Diskriminierungsbericht der Bundesregierung zeigt, dass auf dem Arbeitsmarkt massiv benachteiligt wird. Diskriminierung kann den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhalt unterminieren. Führung muss rechtlichen Vorschriften gerecht werden und moralische Anforderungen erfüllen. Führungspersonen stehen auch zunehmend in einer Führungsbeziehung, in der wechselseitig Einfluss ausgeübt wird. Es geht heute darum, sich nicht nur trotz, sondern wegen der Unterschiede zu respektieren. Für die ArbeitnehmerInnen bedeutet dies, sich nicht als Einzelkämpfer inzusehen, sondern solidarisch in der Unterschiedlichkeit zu sein. Es lohnt sich, füreinander einzutreten, sich und andere zu empowern. Dazu gehört das Verständnis von besonderen mehrfachen Diskriminierungserfahrungen und dass Einzelne sich ihrer Privilegien bewusst werden. Einen gesellschaftlichen Wandel auch in der Arbeitswelt herbeizuführen, ist eine Führungsaufgabe und dabei kommt es am Ende auf alle an.